Jetzt werdet ihr aufgenommen! Ich mach euch klar! Aha! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Einfach sechs YouTuber heute hier! Stani, Russik, Amir... Ich will gar nicht mehr... Schwande! Oh mein Gott! Ach du Heilige! Ach du Heilige! Ich hole den alle! Hey! Hey! Wir wollen uns! Fuck you, YouTube! Was überholst du mich einfach? Ah! Nein! So schlecht von dir! So schlecht von dir! Ja! Oh mein Gott, Jungs! Let's go! Let's go, Jungs! Ja, ja! Lass nebeneinander! In Kolonne! Wir müssen alle wegbouncen! Nein! Ich bin durch! Oh mein Gott! Hey Stani, jetzt müssen wir die auseinander nehmen! Hey, ihr seid alle runtergefallen! Wehe doch nicht hier weg, ey! Hey! Warum! Runrussig! Zu ab, hart! Ey, Denkan, dieses Wimperr hat mich das vorhin mal runtergehauen! Oh nein, oh nein! So, wer kommt jetzt da vorne? Oh nein, oh nein! Wer kommt da? Oh, wir sind auf dem zweiten, das ist schon mal gut! Tschüss! Hey! Wir sind jetzt alle einmal durch und das heißt nur Alfie kann uns sabotieren oder was? Wer ist blau? Wer ist türkis? Das ist Alfie. Der ist doch beim T20. Ich war nicht einfach auf der andere Seite. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist unglaublich. Hey Army! Wie war das? Rückschatten. Ich rück's auf die Eiche, Junge. Rückschatten. Er kriegt da nicht runter, Bro. Wie jetzt teamen die jetzt? Freunde, seid ihr? Let's go! Ich hab keinen Bock mehr. Ey, Glückspick. Das ist einfach ein permanentes Sabotagerennen. Nein, Army Leute! Die kleine Rante! Äh? Wer war das? Es sind zwei Leute da. Ey Jungs, geht eigentlich heute um 6.000 Euro, weil jeder taucht. Hey! Hallo! Ach, Mann! Nein! Alfie! Alfie ist runter! Es langt doch! Warte mal, es langt doch! Oh mein Gott! Junge, bitte! Hört nach vorne, Freunde! Alfie! LKW, Bro! Hallo, Alfie! Ja, Max ist runter, Max ist runter! Nein! Einfachstein hat mich weggebounced! Nein! Super! Super! Danke, Freunde! Kein Problem! Oh mein Gott! Alfie! Ach, ihr wusstet! Oh mein Gott! Sehr stark! Ich komm durch! Wow! Oh mein Gott! Ich seh gar nix! Hey! Dicker Mann! Ich seh! Oh mein Gott! Ich seh gar nix! Ey! Ich muss nicht beherrschen! Ich muss nicht beherrschen! Nein! Nein! Ich bin die Klute! Ich war ganz am Anfang doch egal! Ja! Ja! Ich hab es nicht! Lass mich nicht vorbei! Warum schaffst du es denn nicht durchzufahren? Lass mich nicht vorbei! Lass mich nicht vorbei! Lass mich nicht vorbei! Lass mich nicht vorbei! Oh! Ja! Ja! Jawohl, Leute! Wir werden das für Alfie! Nein! Wir werden das für Alfie! Ach mal! Hey, warte mal! Armin, bist du auch noch beim Smart? Ja! Tschüss! Ich werd uns niemals weiterfreundet! Ich komm die ganze Zeit nicht durch wegen Alfie! Junge, Max! Warum treibst du mich dann? Freunde, bleib dir! Ich bereich für euch! Max, lass es! Lass es! Lass es! Nein! Es ist so ehrenlustiges Rennen! Oh mein Gott! Aber warum kommt Alperstein nicht durch? Er kann doch jeden weg rammen! Ich versteh das gar nicht! Ich weiß es auch nicht! So! Wer war der letzte Truckfahrer? Nein! Das ist so schlecht! Nein! Wer ist der zweite Platz? Wer ist aktuell zweiter Platz? Ich bin zweiter Platz! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du meinst den jetzigen... Oh mein Gott! So gut! Alf, du bist so toll! Ich bin in der Welt! Nein! Was ist los? Was ist los? Ich komm mit dem Truck nicht nach! Ja! Du kannst mich einfach aufholen! Ey Max, wenn du mich runterkickst, ich raste aus! Ich mach doch gar nichts! Okay Max, ich sag echt! Ich mach doch gar nichts! Armi, bist du durch? Geh auf Busseil! Ich hab kein kreisiges Mal, bis er auf einmal in die Kay! Ich schwör's dir, ich schaff's grad nicht mehr! Ich bin zu schlecht! Ich bin zu schlecht! Von ersten auf dritten! Ey, wie boostet man Armi? Ich bin zu schlecht! Mit x oder mit y? Mit x oder mit y? Ja, ich vorbei! Ich schwör runtergefallen durch! Nein! Ja, Nini! Ja, Russack, das hast du davon! Nein! Ich hab dich auf! Was? Ich hab dich nicht immer sabotiert! Natürlich hast du dich sabotiert! Nein, war ich nicht! Leute, ich hasse einfach nicht! Ich bin zu schlecht hier! Ich komm mit dem Truck nicht vorbei! Digger! Digger! Digger, Mann! Hör doch auf! Digger, Mann! Ich schaff nichts mehr, Leute! Dieser Rückweg ist mir nicht zu schwer! Bro, ich komm einfach nicht an diesen... Alp! Alp! Du weißt den Sabotaten aus! Sechs tausend Euro! Nein, Digger, dieser Windräder! Ich schwör dir 6.000 Euro! Ey, jetzt ein Real Talk! Stadio! Tschüss, Armi! Hey! Holt euch die Limousine von Stadio! Hey, halt deine Klappe, Russe! So, einmal wieder aufs Seite! Ey, ich hab jetzt auch LKW! Ich fett da jetzt! LKW! 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 Wird man jetzt hier schon genug Geräusche hören? Ich weiß das gar nicht! S soon! Alter, ey! Ich geh nur noch aufs ihn! Ey, ich geh nur noch auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro! Ach!!!! Ja! Ich geh Nack, ich hör." ? Tschüss,lK 남. Brud sommer indeed! Der ist direkt hinter mir. Ja, Bro, ich bin direkt hinter dir. Wirklich nicht bewusst. Wirklich nicht bewusst. Schnappt euch, Stani. Schnappt euch, Stani. Ey, ich bin jetzt auch in die Limousine eingestiegen. Ja, Armin hat so Karma kassiert. Das ist zu lang. Geil. Leute, wir müssen jetzt hier mal ein paar gute Sabotagen machen. Ey. Jetzt reicht's mir. Jetzt mach ich smooth. Oh mein Gott. Nein. Ja, Remy Kail kassiert auch Karma. Ja, Remy Kail kassiert auch Karma. Ja, Remy Kail kassiert auch Karma. Ich habe Freunde. Oh mein Gott, wie ich gerade ausgewichen bin. Wie ein Profi. Oh mein Gott. Bro, Remy. Du bist so dumm, Remy. Du bist so dumm, Remy. Remy Kail kassiert jetzt vorbei. So, weiter, 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 weiter. Ich gehe bei Monster Truck anlegen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Alter, was war das? Fabi hat so Karma kassiert. Ey, Jungs, ich kann nichts dafür. Ich muss Sabotieren, wenn ich einen vor mir sehe. Das ist meine Brand. Oh mein Gott. Monster Truck. Ich bin Zweiter. Ah, Monster Truck. Wow. So, das war's. Oh mein Gott. Oh nein. Alle drei sind runter. Ist das Zeug getreut. Weg, weg, weg. Alle vorbei jetzt. Ich fahre voll gegen Armin. Ey, den Leute ist Alfi jetzt vor mir sogar. Was? So, Monster Truck. Ich bin auch Monster Truck wichtig, Leute. Ja. Er ist zuwendig, Leute. Er ist zuwendig. Ich bin wendig wie eine Feder. Wo bist du Monster Truck denn? Hallo? Nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Sehr, sehr clean. Sehr, sehr clean. Wenn ihr mein Auto jetzt sehen würdet, damit schafft man sie mal drüber. Oh nein. Oh nein. Ich helfe dir, Stunny. Ich helfe dir, Stunny. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das denn? Kipp-Plaster. Ach man. Ey, Bro, wer war das? Ey, Stein, du ekriger Hund, Digga, du ekriger Hund. Ich bin sünster, ja! Ey, Bro, Stein, hier hat nen Kipp. Ja, ja, ja! Ey, was ist das? Ey, was ist das? Hey! Da bin ich, hallo! Nein! Hey, du kleiner Hund, du Huuu! Hey, Stein! Ey, Russack, warte, warte, warte! Ey, ich kann nicht, Bro, ich kann nicht stoppen. Ja, ja, ich komm, ich komm, ich komm. Wer holt denn hier die ganze Zeit raus, Leute? Bro, also wirklich, das ist so... Alter, alle die LKWs, das war's, Digga. Hehehehehehe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja! Ey, Pizzi, lass mich dich! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nee, du Kresse! Oh mein Gott, ich bin durch! Ich bin durch! Oh mein Gott! Ey, jemand muss sich zu euch stoppen, Digga! Jemand muss sich zu euch stoppen, Digga! Und die trollen auch nur, ne? Ich glaub, das nenn ich Karma! Ich glaub, das nenn ich Karma, Leute! Das ist doch Karma! Nein, 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 nein! Guck mal, da vorne läuft das! Wer rennt denn da vorne? Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ey, bitte! Also wir wollen ganz kurz sagen, Stani und MBK müssen jetzt zu Fuß unterweg sein. Warum MBK? Warum MBK, Bro? Warum? Warum? 6.000 Euro für Stani, Leute! Warum, Amir? 6.000 Euro! Warum? Ja! Warum? Fahr doch einfach wie ein normaler Mensch! Ey, bitte! Überfahrt die! Überfahrt die! Überfahrt die, Amir! Fahrt die! Runter! Ey, wir müssen die trollen, ne? Die sind echt zu Fuß unterwegs! Überfahrt die doch! Nein, ich stimme ihm jetzt! Amir, Digga! Amir, bist du lost, bist du verloren! Bitte, lass dich mal einfach durch! Amir spielt einfach, es macht gar keinen Sinn, wie er spielt! Ihr müsst ihn treffen, Freunde! Ihr trefft die bitte! Oh mein Gott, oh mein Gott! So, jetzt! Bro, ich komm wirklich nur vor und zurück, vor und zurück! Also Stani, ihr wollt jetzt hier durchkommen! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Das dauert so lange! Das dauert so lange! Ey, warum? Warum? Ich hab einen rausgehauen! Ey! Wie ist das? Oh mein Gott! Nein, Amir! Oh, 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 oh! Ey, Amir, du dumm Schüler, ey! Nein, Amir, Amir hat mich auch sabotiert, Digga! Oh Gott, auf damit, Digga! Das macht echt keinen Sinn! Ey! Ey! Träum nicht! Ey! Ach, du heilige! Bro, das ist echt zu hart, Digga, zu Fuß! Das ist wirklich zu Fuß richtig hart! Mein Gott! Jungs! Ich bin jetzt jetzt bei der Limousine! Ach, du heilige! Ey, zu Fuß! Armin wirklich! Ey, guck mal! Bitte! 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 Lass doch einfach die Fußgänger raus, Digga! Wer ist der Kipplaster? Wer ist das? Ich bin im Kipplaster! Okay, mein Gegner ist, Max! Ja, Fortnite! Für Fortnite! Ich bin ein Outdoor! Ich bin ein Outdoor! Ey, dieser Kipp... Ach, Mann, ey! Ja, Max selber schuld, wenn du auf mich gehen wolltest! Ja, Bro, der Kipp... Also, Max, komm! Wir machen die Wall, Max! Ja, komm, Wall! Ja, komm, Wall! Wir lassen uns gut! So, Jungs, das war's jetzt mit euch! Mit euch beiden war's jetzt! Komm, gib Gas, gib Gas! Ich kippe Gas, ich kippe Gas! Die sind schon in der Mitte! Die sind schon in der Mitte zu Fuß! Ja, aber die kommen jetzt! Das war's jetzt! Oh, Armin! Das ist richtig gut, das ist richtig gut! Mach den Platz jetzt! Ey, ich hoffe einfach, dass seiner mit dem Kipplaster jetzt... Ey, Jungs! Sagen euch das Lauf! Ist das Schlimmste! Lauf! Ist das Schlimmste! Haha! Ich dreh um! Oh mein Gott! Nein! Einer ist vorbei! Nein! Nein! Ich komm mit Monster Truck! Nein! 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 Du bist da! Lauf uns vorbei! Bitte! Bitte! Einfach unten! Du bist im Weg reingefahren! Ey, du, halt dir auf, Armin! Halt dir auf! Ich kann weniger gut bei den Vieren! Da vor uns! Hör, man geht ja alle nicht nicht! Ich auch nicht! Nein! Du kleine Warte! Digga, das ist doch wirklich! Oh, warte! Da ist noch einer! Nein! Ich will runter jetzt! Ja! Du bist freundlich! Machst du mit deinem Helm! Ja! Wirklich, Alter! Oh mein Gott! Hab ich doch... Hab ich doch gerne gemacht, Jungs! Ey, mach mal! Das Ding ist, ich muss der Armin aussagen! Dann kommt noch so ein fetter Kipplaster! Hehehehe! Ohne Sinn, Digga! Sehr schön! Hallo, Armin! Hehehehe! Tschüss, Armin! Oh mein Gott! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Aber warte mal! Wer ist das mit uns schon? Jetzt sind wir auch zu Fuß unterwegs, Jungs! Ey, Jungs! Ey, Russack! Bitte, wenn du hinten bist, geh auf Max! Geh auf Max! Bitte! Armin! Bitte! Armin! 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 Ja! Ja? Geh bitte auch auf Max! Ja, okay! Du hast uns zweimal am Ende geholt? Wir sind gelaufen! Wirklich! Wirklich! Max, du hast mich auch einmal geholt! Armin! 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 Hol die vorne! Nein! Armin! Los! Nochmal neuer Versuch! Armin! Es ist super schwer! Es ist echt zu schwer! Vor allem mit dem Sportwagen! Wenn du da einmal falsch steckst, bist du unten, ne? Ja! Superpoint Second! Ey, zu Fuß, das dauert einfach so lange! Ja, ja, ja! Das! 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 Und da! Oh nein! Oh nein! Ja! Ich sag dir what! Ich werd's nicht retten! Ich werd nicht retten! Gutgemacht! Wir sind schon seit einer Stunde hier nur... Ey, wer ist das? Wer ist das hier, Junge? Ich kenne ja auch ab, Junge! Was ist das Kind, Bro? Huh, komm mit! Das Ding ist einfach, ich hab mich extra legt, für diese Kälte... Warte mal, warte mal, Steini, wir müssen einfach hier beim Windrad jetzt kämpfen. Da vorne kommt wieder Alpha. So, ihr Freunde! So, Jungs. Bro, ich lauf so lange, ey... Komm, Kipp-Luster! Dann kommt der andere, Digga. Oh, oh! Yeah! Weil er, weil er doch wohl getroffen wurde! Da hat er mich gekillt! Stannis durch! Stannis durch! Stannis durch! Komm niemals vorbei, Freunde! Nein! Kill ihn! Kill ihn! Ich will Alphi! Was ist Alphi? Was ist Alphi? Alphi ist der einzige, der laufen muss! Ey, wirklich, ich! Ja, nein, Armi auch noch! Armi auch noch! Armi auch noch! Aber Armi kommt jetzt durch! Aber Armi kommt jetzt durch! Armi kommt jetzt durch! Armi kommt jetzt durch! Schnell, schnell, umdrehen! Nein! Nee, Max, warum bist du so schnell? Armi, was hast du gegen mich, Mann? Er kommt ja schon wieder! Haut die runter, haut die runter. Schnell euch, mach Hilfe, beid euch! Digga! Bitte! Ich gewinn das Rennen nicht mehr, Jungs, deswegen... Nein! Bitte! Max, warum bist du doppelt so schnell wie ich, Bro? Ich weiß es nicht, irgendwie renne ich schneller. Bitte nicht! Bitte! Ich aber auch. Du, 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 du. Nein! Oh mein Gott, richtig, Bro. Hast du es geschafft? Wir sind im Auto. Sehr stark. Nein! Nein! Stadik, komm, wir holen die weg, Juni! Wie können das denn alle, Juni? Digga, Amir, Digga... Wer ist denn dein Monster Truck, Amir? Amir ist gut dabei noch, ja. Nein, oh mein Gott, der hat mich gut. Amir holt richtig auf. Amir! Du willst reden, Amir? Amir! 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 Oh, danke! Wohoo! Glück ab! Digga... Ey, was geht ab, Bro? Was für Autos hingekommen? Oh Gott, dass du mich in Ruhe gelassen hast. Hä? Ich hab jetzt ein Flugzeug! Wie? Hä? Juni, ich hol die Passe... Also entweder... Nein! Oh mein Gott, Bro. Ey, Alf Digga... Alps! Jungs, guck mal wo die Däuten... Ja, okay... Stadikaniden... Alp! Digga, bitte, geh doch einfach weg, bitte. Bitte, Digga, bitte... Hol Müll lenken! Oh mein Gott! Bitte, ey, geh weg doch endlich! Alter... Digga, Arme! Oh oh! Oh nein! Ey, das lässt sich übel zu Müll lenken, ne? Ist das ein Zeug OP? Hä, wer ist das hinterlässt? Oh, wacht! I'm be gay! Nein, nein, nein! Stinkroof! Ich würde dich gerne trollen, aber es geht damit nicht. Ja, das lässt sich irgendwie fliegen wie ein... keine Ahnung was. Komm, komm, komm! Ey, ich will einfach nur durch, bitte! Also zu Fuß! Stehen bleiben, I'm be gay! Ja, okay, und jetzt? Ich weiß noch nicht, die Arme mit vorne, aber... In erster Platz, ich war ganz gut chillt! Digga! 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 Alp, wenn du jetzt hinter mir kommst, 10 Euro! Das Flugzeug, warum lässt sich das so komisch fliegen? Das ist voll weird! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, ich schreck's auch nicht, Mann! Es geht nicht mehr schrecklich! Ey, ich auch, ich auch! Wohin? Nein! Wir müssen damit wieder zurück, oder was? Alf, Alf! Alfy, wir machen's! Wir machen's! Ich gebe Ruhe! Er hat mir geimpft, ich gebe Ruhe! Ey! Hey, abschneiden von dir! Wie abschneiden von dir! Sabotier die, die sind schon einmal rüber geflogen! Cuz schon einmal rüber geflogen! Ey, sabotier nicht mit Flutzeug, glaub ich. Nicht mit Sabotier, Flutzeiger. Oh, er fliegt viel zu tief. Ey, fliegt viel zu tief, dann Windmühle bin ich gleich mit... Ahhhhhhh! Ahhhhhhh! Runter, runter, runter! Was ist das, Russick? Was ist für Ihre Lust? Nein, das gibt es nicht, guck mal, wie das aussieht! Ist für Ihre Lust, Russick? Ey, dieser Flugzeug-Verfliegen-Zeitlupe, ne? Oh mein Gott! Nein! Das sind voll die Bummi-Flugzeuge! Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Junge, läufst du immer noch Russack? Nein, 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 nein! Ich lauf, ich lauf immer noch! Wieso, was passiert? Oh nein! Äh, Fahrrad! Ey, Amir, guck mal bitte, Bro! Ich schwöre, es ist echt ne Qual, zu Fuß zu laufen! Bitte überfahre mich, Dich, Bro! Ey, Fahrrad, Jungs! Amir! Digger, Mann! Ey, ich schwöre, ich bin raus! Nein, ich schwöre, ich bin raus! Nein, ich bin raus! Bruder, Mann, läuft fünf Minuten und du mit deinem Scheiß-Kipp-Plaster, komm! Dreh dich durch! Bitte, Amir, Amir, Amir! Bitte, Amir! Guck mal, ihn lässt er durch! Ach du, Jungs, Absturz! Bitte, Russick, bitte! Oh mein Gott! Mach der nicht, der ist zu lang im Flugzeug, das ist Kipperlich! Ey, Jungs, wirklich! Digga, dass ihr jetzt auch da vorne alle, dass ihr da vorne jetzt auch alle rumknutscht, Digga, keiner trollt irgendjemanden, irgendjemanden! Was macht ihr da vorne? Was quatschst du denn? Ja, ja, ja! Flieg mal weiter euer Passagierschiff da! Was laberst du? Du wolltest einfach nur in Ruhe gelassen! Ja, das kommt ja jetzt nichts mehr! Ja, das kommt ja jetzt nichts mehr! So, ey, ich mach aus, ich glaub ich aus Prinzip hau ich jetzt einen I-Key runter, aus Prinzip! Ja, mach doch! Oh mein Gott! Boah, wie ich über dich drüber gejumpft bin! Ja, ja, ja! Bitte! Ich leb schon so lange! Warum?! Sternil! Wunsch, Sternil! Warum?! 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 Stan, warum?! Nein, nein! Warum?! Amir und ich hab beide den Boden geschüttet! Ich fühl ihn wieder, Gitter! Nein! Höö, Max? Max, ihr müsst auf Max gehen, Jungs, er ist erster! Max, try harder doch! Ja, ich, ich! Stan, hast du gesehen? Ich bin über dich drüber gejumpft! Ja, ich hab's gesehen! Amir, ich kann nicht mehr! Ich bin grad so glücklich nicht, er wird zu Fuß laufen, Jungs! Tschüss, Alfie! Danke! Was kommt jetzt, Max? Ramp Buggy! Nein! Oh mein Gott! Ey, bitte, Jungs, lasst mich und Amir, bitte durchlaufen! Digga, die Arme, die zu Fuß laufen müssen! Ich hab das durchgemacht! Amir! Bitte! Bitte! Bitte, Bro! Ramp Buggy! Max, Digga, ich schwöre, es geht egal, mit welchem Auto du das nächste Mal kommst! Ich zerkratze es! Ich zerkratze es! Ich mein's nicht! Nein! Einfach MVK gebrochen! Bro! Ey, ich... Nein, nein, nein! Ich real talk! Ich schwöre es euch, wenn ich noch einmal runterfalle! Ich schwöre es euch! Ich spring selber runter! Einfach MVK gebrochen! Weil ich nur am Ende bin! Wir müssen Max, wir müssen Max wegbuggen! Ach, mein Gott! Guck mal, Alf, Digga! Die trollen so krass rein, ne? Johnny, was? Du wirst nie wieder froh im Leben! Max, ich sehe Max, ich sehe Max! Du wirst nie wieder glücklich! Ich geh auch auf den Minecraft-Turber und mach alles kaputt von dir! Ach, Digga! Guck mal, wieder nur zusammen... Ich bin auch runtergeflogen! Nur zusammen können sie was! Muss wieder auf ihn gehen, Rosalke! Also, ich... Ja, hole mich doch, Bro! Nein! Du das! Du das! Ich wollte dich mal holen! Ich hab mein Deutschen! Ich wollte dich mal Ami holen! Ich hab ja zwei Leute gesehen! Ich wollte dich mal Ami holen! Ich bin Stani! Max, er lässt sich in meine Fahrbahn rein! Ich hab Max, ich hab Max, ich hab Max! Ey, wirklich, er hat Aimbot! Er hat Aimbot, Digga! Er hat Aimbot! Jetzt, Russik! Jetzt, Russik! Ey, jetzt! Warum ist jedes Rennen so Russik immer auf den ersten... Ja, Jungs! Weil ihr alle verloren seid, Digga! Russak ist einfach nur ruhig! Guck mal! Guck mal! Er trillt auch nicht! Er trollt auch nicht! Hä? Wie ich troll nicht? Du hörst nur durch! Ich muss dir jetzt supporten und auf den Crew wagen gehen! Ich mach alles! Ich check das nicht! Ey, Russak bin jetzt nicht auf Max, geh ich auf dich! Ja, okay! Ich, okay! Aber was soll sie denn? Okay, dann machen wir jetzt alle Team! Okay, Armin, komm mit Team jetzt auf! Ich geh auf alle! Ich geh auf alle! Ich geh auf alle! Ich geh auf alle! Fußgänger! Ach du! Oh mein Gott, nein! Der ist denn jetzt erst im LKW, hä? Achso, nee! Jetzt erst im LKW, wir fahren! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Da bin ich! So, zack! Nice try, Jungs! Nice try! Nächstes Mal früher aufstehen! Guck mal, wer ist das denn die Fußgänger immer noch trollen? Ich schaue auf alle! Jungs! Bro, willst du das?! K Snoop? Also, Armin, du kannst immer gerne auf die roten gehen! Junge! Ey! Ich bin raus! Ich schwach auf alles die kalte IG! Jungs! Ey, ey! Ich lasse dich! Ich lasse dich! Guck dir!